Hallo Leute, bewerbt euch noch bis zum 18. Juli und nutzt die tolle Chance, am VfL Campus nah an einem Bundesliga-Verein und in einem ganz besonderen Umfeld zu studieren. Auch ich persönlich habe die Möglichkeit genutzt und habe am VfL Campus einen Abschluss gemacht. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich habe sehr, sehr viele Dinge gelernt, die ich natürlich auch jetzt in meiner neuen Position als Sportdirektor beim VfL mit einbringen werde. Ich wünsche euch viel Spaß und nutzt diese Möglichkeit. Liebe Grüße, euer Marcel Schäfer.